Wie bleibt ihr denn für das Zelt betragen? Was? Wie bleibt ihr denn für das Zelt betragen? Ich glaube 24 Euro. Ich glaube 24 Euro. Ich glaube 24 Euro. Ich glaube 24 Euro. Jetzt bist du voll in die Kuhscheiße getreten. Ich glaube 24 Euro. Ich glaube 24 Euro. Ich glaube 24 Euro. Ich glaube 24 Euro. Ich lege die Beine breit von Anfang an. Jetzt kommt es kriminell für mich. Jetzt gehe ich ab. Nicht zu hoch. So ungefähr, dass die Fußspitzen da in Arschhöhe sind. Du stehst du stehst. Du stehst auf dem Seil. Fertig? Du musst mich sichern. Ja, ich warte drauf. Ich warte drauf, dass du was sagst. So geht das natürlich nicht. Okay. Okay. Und jetzt geht das. Ich guck mal. 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 Rrrr! 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 Rrrr!匆 live isydi. Rrrrr! Rrrr! 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.